Ab heute gibt es auch in Ludwigsburg Mooswände. Die ersten zwei von vier Wänden wurden heute direkt an einer Kreuzung installiert. Das speziell gezüchtete Moos soll als Feinstaubfresser fungieren. Ob es auch wirkt, wird nun in einem dreijährigen Test untersucht. Außerdem soll die Wand auch als Lärmschutz dienen. In Stuttgart wird die Mooswand bereits seit längerem getestet.